Es war bei einer Recherche zur Geschichte von Schloss Nymphenburg im Dritten Reich. Da stieß die Autorin Doris Fuchsberger auf den Nachlass von Hans Schürer und seine bewegenden Aufnahmen aus dieser Zeit. Der Hans Schürer ist 85 Jahre alt geworden. Unter anderem war er im Zweiten Weltkrieg Kriegsberichterstatter und er hat genau dort die Kamera hingehalten, wo er nicht sollte. Übrigens unter Lebensgefahr. Wir gehen jetzt in das Haus und sie sehen sich um und sie werden staunen. Über 20 Jahre sind seit dem Tod von Hans Schürer vergangen. Seine Frau wurde dement. Die Tochter Elisabeth Schürer-Necker hat ihre Mutter über Jahre gepflegt. Für den Nachlass des Vaters blieb da wenig Zeit. Ich hab jetzt ein bisschen probiert, das zu sortieren. Hier sind die ganzen Kriegsaufnahmen. Als die deutschen Truppen 1941 Russland überfielen, wurde der Fotograf Hans Schürer zum Kriegsberichterstatter. Hier ist unterschiedlich, das ist aber hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier sind die Aufnahmen vom Forenkrieg. Hier sind seine Reisen nach Italien, Sardinien, Sizilien. Es ist ein großer Archivschrank da, an den man momentan nicht hinkommt. Das sind zwei von den 20 Schubladen, aber die sind eigentlich voll. Er hat so viele Leute fotografiert, also Schauspieler, Künstler, Heinz Silber, die sind alle von ihm diese Aufnahmen. In seinem privaten Album ist Hans Schürer mit seiner Leica und der Kameratasche abgebildet. Frau Schürer-Necker, haben Sie die Tasche noch? Das müsste da hinten die Tasche sein. Den Hinweis auf die Fotos hat Doris Fuchsberger von Walter Schürer, dem Cousin von Elisabeth Schürer-Necker, erhalten. Er ist beim Besuch mit dabei. Sogar der Fotoapparat ist noch vorhanden. Hier vom Krieg. Die Gefangennahme von Rotarmisten in Riga. Ein verletzter deutscher Soldat im Sommer 1941. Die Bedrückung unter den gefangenen russischen Soldatinnen. Von Riga ging der Vormarsch bis Leningrad. Hans Schürer machte nicht nur Heldenbilder, wie sie von den Nazis erwünscht waren. Leningrad steht für eines der größten Kriegsverbrechen der Wehrmacht. Weil hier durch die Blockade der Stadt eine Million Menschen verhungerten. Das war irgendwie auch entdeckt, wo er in Russland überall gewesen ist. Er hat ja im Prinzip alles akribisch dokumentiert. Er hat immer auch Tagesbuchnotizen gemacht. Hier ist zum Beispiel von nach Russland vom 2.06.1941 bis 1.05.1942. Da schreibt er immer welche Filmnummer und Datum. Und dann findet man eben, da hat er 43 einen Sonderausweis bekommen, nach Posen. Also die Kriegserlebnisse, die er da gehabt hat, sind durch diese Tagebücher täglich dokumentiert? Ja. Er hat von allen Fotos Kontaktbögen. Die müssten bloß erst geordnen, das geht hier mit Film 1 los. Und man kann dann in seinen Aufzeichnungen immer sehen, wo das war. Hans Schürer hat die Aufnahmen in einem Radiointerview 1991 so kommentiert. Ich war ursprünglich Pazifist. Mit jeder Aufnahme, die ich gegen den ihren Willen gemacht habe, stand ich mit einem Fuß im Himmelfastkommando. Also einige Sachen habe ich trotzdem irgendwie versteckt, die ich dann immer fein säuberlich als Feldpostpäckchen verpackt habe. Und nach Grassa im Chiemgau zu meiner Cousine geschickt habe. Alles in diesen Aquaschachteln, je 100 Stück weiß, verpackt als Feldpostpäckchen. Einerseits Teil der Propagandamaschinerie, andererseits kritisch. Die Rolle des Fotografen im Krieg wäre der Aufarbeitung wert. Ostpreußen 1941, damals noch friedliches Hinterland. Ein Fischer am Kurischen Haff an der Ostsee. Ein Gebiet, das heute zu Russland gehört. Das ist jetzt mein Lieblingsfoto aus dem Stapel. Wunderbare Schatten, die er da mit festgehalten hat. Im Februar 1941 war Hans Schürer von Warschau nach Kranz in Ostpreußen versetzt worden. Hans Schürer wollte eigentlich Maler werden. Der Vater erlaubte das nicht. Stattdessen machte er nach der Volksschule eine Ausbildung zum Grafiker und Buchdrucker. Der hat wirklich ganz genau hingeschaut, schon in dem Alter. Und das ist natürlich das, was man als Fotograf ganz dringend braucht. Das war dann hier in dieser Gewerbeschule an der Prangstraße. Da war er 13 Jahre alt. Mit 13 hat er solche Sachen gemacht? Ja, da ist mein Vater. Fast noch ein Kind. Und hier ist ein Selbstbild von ihm als 19-Jähriger. Wie ging's denn nach Kriegsende mit der beruflichen Laufbahn ihres Vaters weiter? Er hat weiter als Fotograf gearbeitet. Und zwar hat er das zerstörte München fotografiert. München war eine wunderbare Stadt. Es hat mir das Herz erweilt, wie ich das gesehen habe. Furchtbar. Ich habe mir die Gedanken gefasst, München muss wieder einmal leuchten. Und wenn ich dazu nur kleine Steinchen beitragen kann. Der Nachlass von Hans Schürer lagert verstreut über das ganze Haus in mehreren Räumen. Er wollte selber Bücher rausbringen und ist aber dann gestorben. Und da waren halt viele Fotos aus dem Archivschrank hier oben. Und wir haben die dann, weil eine neue Heizung eingebaut werden musste, alles in Schachteln, also unsortiert rein. Aber das meiste ist eigentlich geordnet. Sie würden den Schatz also in professionelle Hände geben? Also es ist so umfangreich, aber den größten Teil auf alle Fälle, also alles, was zeitgeschichtlich von Interesse ist, wie eben die Kriegsaufnahmen, dann das zerstörte München, der Wiederaufbau. Fast einen Tag waren wir hier und haben doch nur einen ganz kleinen Teil der Fotos gesehen. Fazit der Autorin Doris Fuchsberger? Ich wünsche mir inständig, dass die Frau Schürer-Necker ein Archiv findet, das den Schatz nimmt und dass er sich den inneren Ruck geben kann, das loszulassen und in fachkundige Hände zu geben. Im Nachlass von Hans Schürer, hier die Italienbilder, sind so viele Eindrücke der Vergangenheit als gelungene Momentaufnahmen bewahrt. Auch das macht sein Erbe so wertvoll. Die Welt ist ein 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 Erbe so wertvoll.